Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video mit Garadeno. Heute werden wir uns wieder die lustigsten und grimmigsten Zeichnungen angucken. Ich hoffe, ihr habt sehr Bock. Wenn ja, lasst ein Like da. Wir gehen rein und let's go. Wie viele Tickets braucht sie? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, Alter, was ist das denn hier? Also, das sind ja mal locker drei Tickets. Guck dir jetzt sein Auge an. Was? Rasieren sie das Bein. Wir haben hier eine nette Dame auf diesem Bein. Warum auch immer. Äh, Alter, was ist das denn hier? Äh, hallo? Boah, ist das eklig. Mann, so ein Tattoo will doch kein Mensch haben. Ach komm, ey. Schnitt. Äh. Uff, Digga. Was ist denn das für eine Werbung? Eios, meios. Finde den Dieb. Ah ja, wir haben hier einen Eiscreme-Wagen und Polizei auf jeden Fall. Was ist, wo ist der Dieb, ne? Oh, der Dieb ist hier drin. Und was ist er hier oben? Ist der der Polizist oder was? Junge, du hängst da auf den Baum und der Dieb ist im Eiscreme-Wagen. Oh Gott. Hat der Eis geklaut? Oh, ich hätte jetzt voll Bock auf ein Eis, Mann. Kleben Sie den Stempel. Aha. Verpiss dich, Junge. Und da geht die Briefmarke rauf und der Brief ist am Start. Wa-wa-wa-was? Wo ist das Geld? Alter, wir haben hier ein Sparschwein mit, äh, so einem Klo drin. Aha. Hier ist ein Gehirn. Hier ist das Geld. Und da ist ein Goldfisch drinne? Oh gut, ich mein. Ich hab auch einen Goldfisch in meiner Klospülung. Mach dich bereit fürs Foto. Oha, da wär's er denn. Okay, Leute. Ich bin auf Undercover unterwegs. Was geht? Also, ich mach dich mal bereit fürs Foto, ja? Also, ja. Okay, wir machen das hier. Junge. Wie guckt der denn? Wer sollte lachen? Ja, die beiden Hasen hier, die haben... Oha, Junge, guck dir mal. Guck dir mal seine Karotte an. Der hat ja ne richtig große Möhre. Wer hätte jetzt hier pervers gedacht, Leute? Hashtag pervers. In die Kommentare. Aber ganz schnell. Entfernen Sie den Geruch. Ah ja, hier haben wir ne Katze. Boah, und der Stinkefuß ist hier, ne? Alter, ich mach mal die Socken weg, ne? Der Geruch ist zwar immer noch da, aber die Katze kommt klar. Was versteckt er? Wir haben hier Opi mit dem Krückstock. Ist okay. Opi, was versteckst denn du? Opi, sag mal. Oh, scheiße, Opi. Alter, du hast ja gar keine Zähne mehr. Aha! Deine Zähne sind da oben. Und da sieht Opi aber auch gleich mal wieder deutlich besser aus, ne? Opi, wir können zusammen auf Höschenjagd. Stop it. Get some help. Wo ist das Geld? Wir haben hier nen Tresor. Wo mag das Geld wohl sein? Oh Mann! Es ist in dem Tresor drin. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Gib ihr Toilettenpapier! Wow! Wow, 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 wow! Äh, moin! Hallöchen! Äh, ich weiß, sie sitzt auf Toilette. Aber Leute, nehmt die Gelegenheit so, wie sie kommen, ne? Und, alter Schwede, hat die ein paar große, äh, Fensterbänke. Ist klar. Wir gucken mal rein, ne? Da ist ein Apfel drin. Das ist natürlich schlecht jetzt, ne? Und was haben wir hier so? Auch nicht. Das Klopapier ist hier oben. Wow! So, okay, ich habe mir das Klopapier kurz durchgeworfen. Und, äh, so wie es aussieht. Hey, da oben ist Klopapier! Ja, lassen wir das. Nehmen Sie die Boosts ab. Äh, was ist ein... Äh, sind wir hier bei Rocket League? Was für eine Boosts? Du meinst, Boots. Boah! Alter, versteckt die Schuhe, Junge! Meine Augen! Oh, meine Nase! Oh, Gott! Oh, ich glaube, ich muss... Oh, ist das eklig. Wo ist der Pinguin? Alter Schwede! Ich würde mal sagen, wir machen das Gesicht hier weg. Und vielleicht das hier so ein bisschen. Und das hier. Und dann, zacki, zack, Alter, haben wir den Pinguin. Und guck mal, wie der guckt. Ja, hab ich genau getroffen. Level 100! Machen Sie das Bild teuer! Baby! Die Mona Lisa! Ah, ja. Ich werde die Brille hier einmal zur Expertenansicht, ähm, ja, aufsetzen. Und, äh, wir gucken mal, was wir hier machen können. Anscheinend erstmal nicht viel. 100 Millionen Dollar? Ey, ganz im Ernst? Wer von euch wird dieses Bild kaufen? Ihr würdet meinen Kanal aufs andere Level damit heben. Wer wird's machen? Schreibt in die Kommentare, wer die, ähm, äh, die Corona Lisa kaufen würde. Hehehe. Wo ist die Katze? Wir haben hier einen Chicken Wing mit Ketchup. Wow! Ist das geil, Mann! Aber anscheinend ist das nicht die Katze gewesen. Aha! Das ist die Katze! Und es war gar kein Chicken Wing. Wir sind in China anscheinend und essen Katzen noch, Leute. Finde die Katze schon wieder. Alter Schwede, wir haben hier so einen Duschvorhang und wir müssen uns vorsichtig rantasten. Oh, nee, ne? Ist ein Typ, ne? Ist ein Typ. Ja, nee, kannst dich gleich wieder verpissen. Die Katze ist hier drin. Ähm, die... Oh, nee, Alter! Jetzt werden wir ja trotzdem ein Baden angezeigt. Ach, komm, ey! Wischen Sie die Brille ab! Also, ganz kleinen Moment mal, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue. Oh, ja, wir haben hier interessante Kurven in dem Bereich, ja. Ähm, also, wenn wir die Brille abwischen, dann, äh, Alter, was hast du denn da gesehen? Also, ganz im Ernst. Ist doch scheiße jetzt, oder wat? Oh, wow! Wow, wow, wow! Wow, wir haben hier die absolute Doppel-D mit 5,4869530 Millionen Likes. Alter, leck! Und ich sag mal so, ne? Die würde ich mit nach Hause nehmen. Aber man kennt's. Instagram, die Weiber, hm, machen hier miese Pics und so. Leute, sagt mal ganz ehrlich, wer kennt das Hashtag Instagram in die Kommentare? Wer, wer das kennt, ne? Die Weiber mit den dicken Filtern. Und dann, dann bearbeitest du deren Bilder nämlich in Wirklichkeit. Junge! Ja, okay, also, ich meine, Doppel-D ist das immer noch, aber... Digga, was ist das denn? Da würde ich nicht mal 23 Likes für geben. Alter, du musst mal ganz dringend was mit deinem Gesicht machen. Ich sag's ganz ehrlich, tut mir echt leid. Wir sollen ein Feuer machen. Ein Zippo. Oh, ich wollte heute tatsächlich eins kaufen. So ein Zufall. Also, pass mal auf. Die Chilischote, er isst die jetzt. Und dann, bam, bam, Junge! Knallt es oben mal raus! Aber ich sag so, ne? Wenn ich Chili esse, dann kommt das nicht oben raus, sondern dann brennt das woanders wie Feuer. Ihr wisst genau, was ich mein. Nicht nass werden! Alter! Oh, wir haben hier die Orangen. Und, äh, warte mal. Ähm, also, äh, was ist das denn? Ah ja, er macht hier aus seiner Kopfhaut einen Regenschirm. Och man, der ist ja süß, ne? Kann ich das auch machen? Werde die Schwerkraft los! Oha! Die Alte sitzt im Flugzeug und will jetzt hier erstmal ne Runde chillen. Und ich sag mal so. Moin! Willkommen im, äh, Weltraum. Und die hatte ja sogar noch Spaß da dran. Was ist das denn? Herr, schön hat sie die Nägel! Oh Gott! Ich das schon seh! Ja, da kann man mit arbeiten. Ja, also, das Blau passt ja wohl gar nicht dazu, oder wat? Äh, das Weiß. Ich sag, okay, Schwarz auch. Aber, Türkisblau auf Rot. Ah, was ist das denn für ne Scheiße? Wo sind die Ladies hier im Video? Das sieht doch kacke aus, oder wat? Was versteckt sie? Ohohoho! Wir haben hier eine relativ brenzliche Situation. Und zwar sind hier zwei, äh, Mans aus dem, äh, aus der Basketballmannschaft. Weiß, wie ich mein. Und wir gucken mal, was sie hier so versteckt. Also, am Körper nix. Das heißt, ihr Körper ist echt... Kuss geht raus und, äh, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und da ist ne Maus. Ah ja. Es ist der absolute Man. Wer hat den Ring gestohlen? Wir haben hier einen Verbrecher, der fängt schon an zu lachen. Und wir haben hier die alte. Und, äh, anscheinend ist... Wow, 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 wow! Ai! Dios mio's! Also die stehen da gerade schon so richtig bereit? Ich glaub', wir lassen die beiden Süßen mal alleine, oder? Finde seinen Freund. Okay, Pinguin. Was für ein Freund hast du? Das ist ein Delfin. Das ist süß. Okay, das ist wirklich lieblich. Alter, ich glaube, das ist eher ein Hai, Bruder. Ich besiege die Räuber. Und wir haben hier einen Räuber und der Typ ist hier am Bankschalter. Was hat er da in der Tasche drin? Digger, wie siehst du denn eigentlich aus, du Clown? Es ist der Clown, Alter. Okay, so geht es natürlich auch. Vertreibe die Fliege. Und ey, die Fliege hat Hunger auf den Haar. Auf den Haufen Scheiße. Boah, ey. Ja, tut mir leid, aber es ist eine Schnecke gewesen, Brudi. Lösche das Überflüssige. Wir haben einen Anker und überflüssig an diesem Anker ist auf jeden Fall der Double-Dreifach-Street-Six-Tier-Anker-mäßig so. Wir machen mal, warte mal. Also irgendwie würde ich mal sagen... Hör mal. Leute, was ist denn das hier? Weißt du, was ich meine? Ah, geht doch. Ah, richtiger Anker. Finde die Brücke. Wir haben hier Klein-Lisa. Und Klein-Lisa ist auf jeden Fall komplett am Arsch. Ja. Äh. Wir sollen die Brücke finden. Eigentlich... Nehmen wir hier mal den Stein weg. Nee, Sonne weg, Stein weg, Wasser weg. Ah, ein Regenbogen. Ah, ein Regenbogen. Macht gar keinen Sinn. Setz dir das Schachbrett zusammen. Was für ein Schachbrett? Hä? Leute, wo ist denn hier ein Schachbrett? Ah. Ah, ja, ja, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ähm. Also, Leute, wer es noch nicht wusste, das hier ist ein Schachbrett. Level 430. Durchsuche den Mann. Och, nö. Ich habe doch gar keinen Bock, den Mann zu durchsuchen. Alter, Bruder. Hast du ein Sixpack, Digga? Hä? Oh, Junge. Meint ihr, ich sehe auch so aus? Ja, ne? Leute, Sixpack in die Kommentare, wenn ihr es... Auch glaubt. Snit. Lösche das Überflüssige. Wir haben keinen Kaktus, Basketball, Panda, Kaktus weg. Piss dich, Junge. Sehr gut. Und der Drittier riecht durch. Nicht schlecht. Holy Moly. Das ist ein ganz klarer Fall für die Vergrößerungslandbrille. Und, ähm, denkt dran, Leute, dieses Spiel ist für Kinder. Aber was geht da zur Hölle gerade ab? Was macht der da? Also, wer hat gerade überhaupt nicht so gedacht? Ich. Das sah aus, ich sag's ehrlich. Als snuckelt der da an, äh, gewissen Dingen rum. Dingen. Dingen und so. Was stimmt hier nicht? Level 433. Oha, oha. Wir haben hier, äh, Fred Feuer, Ahl und so. Und der... Oh, okay. Auch nicht schlecht. So war also die Bohrmaschine damals. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lösche das Überflüssige. Er hat hier so eine Scheißuhr auf jeden Fall. Ähm, Bro, du kannst deine Uhr ja weiter da behalten, mäßig so. Ich sag mal so, ne? Ist doch, ist doch okay, ne? Sag mal. Mach ich halt den Bart weg. Leute, wir müssen jetzt die Uhr richtig schön kürzen, ne? Oha. Sag mal. Sag mal, was ist denn das für eine Uhr? Ich muss mir einen Tipp holen. Oh man, ich muss diesen Scheißbart abrasieren. Ganz im Ernst. Also diese Uhr. Ich sag nix dazu. Ich sage nix dazu, aber Schmutz. Heitere die Versammlung auf. Oha, Baby. Also ich würde sagen, zieht euch mal. Habt ihr den Typen da links gesehen? Heute ist ganz belastend hier, ne? Mache die Wäsche verführerischer. Hm, ich würde sagen... Oh yeah, da seh ich mich. Binde den Flamingo. Ähm, wir machen die Wäsche Klammer weg. Und dann hat der Flamingo gleich die Socke an und schon ist der Typ lila. Hahaha, aufjeben. Finde die Eiscreme. Äh, ich will Eiscreme. Und zwar, was? Hallo, ich will Eiscreme. Eiscreme. Habt ihr es gesehen? Manchmal ist das Spiel sehr komisch. Findet es Cupcake? Findet das Cupcake? Leute, heißt es das oder der Cupcake? Schreibt's gerne in die Kommentare. Hm. Ja, und den hier weg und schon sind wir im Film. Ich hätte jetzt Bock auf ein Cupcake, Alter. Passiere die Überprüfung. Achtung, allgemeine Polizeikontrolle. Ich will einmal den Ausweis sehen. Ist da eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraf 111, Ordnungswidrigkeiten gesetzt, wenn sie kein Ausweis dabei haben? Sie sind eine Raupe. Das passt ja nicht so ganz zum Ausweis. Wir gucken, Leute. Wir helfen schnell. Verkleidung abge... Äh, aufgesetzt und Raupe jetzt. Ah ja, das passt. Sehr gut. Sie können ja alles fürs Wiederhaben. Schönen Tag wünsche ich. Auf Wiedersehen. Löschen das Überflüssige. Der Schuh passt rein. Die Uhr, äh, die Brille. Passt rein. Die Uhr passt rein. Der Fotoapparat passt rein. Das Ding. Die Flasche auch. Ähm, der Schuh auch. Äh. Digga. Digga, da passt doch alles rein oder was? Ah, die Schuhe passt nicht. Hallo? Der Schuh. Sehr gut, Leute. Entspannt. Oh yeah, ab in den Urlaub. Den Weibern hinterher. Ey, oh, was geht? Den Weibern hinterher. Ey, oh, was geht? Und ich sag yeah. Ich hab Pogman. Oh, Digga, da muss ich los. Yo, was geht? Da muss ich richtig los. Wir müssen los, Leute. Let's go. Digga, die... Will ich jetzt aber auch mal mitgehen auf die Badewatte gehen, ne? Hilft den grünen Team zum Sieg. Ähm, ja. Ja, dann machen wir halt mal die Neun weg, ne? Die Neun weg. Die Null weg. Tja, 73 zu neun, Digga. Anzeigetafel ist kaputt. Was stimmt hier nicht? Der Typ hat ne Banane wie weiß, was ich wär. Und, äh, der Schnabel ist auf jeden Fall ein Ticken zu groß, würde ich sagen. Und schon ist der deutlich entspannter. Der Adler sieht jetzt nicht mehr aus wie Tadeos. Schneide ihren Pony. Wir gucken uns erstmal die Fresse an. Baby. Deine Frisur gefällt dir heute gut. Kommst du mit mir essen? Ich lad dich ein. Döner, Kebab, Cola. Wer beobachtet sie? Ja, moin. Ah ja, sie hat noch ne Boxershorts an, Leute. Ich wusste, es ist nichts für die... Guck mal hier, wie geil ist das denn, Digga? Er hängt im Schrank, Mann, und hat den Teddybären am Start und macht diesen. Total gut, aber er ist auch ne Hübsche. Finde das Auto. Und ich würde sagen, das Auto fährt jetzt hier einfach zum anderen Berg. Löse den Streit. Ja, ich würde mal sagen, ich freue mich, weil es... Da ist jetzt nichts mehr. Hallo, da ist jetzt nichts mehr, habe ich gesagt. Sag mal, mach mal Sonne jetzt. Ja, besser ist es. Gelange zum Schatz. Oha. Da haben wir einen Zeitzünder. Ähm. Okay. Wie kommen wir denn jetzt am besten zum Schatz, Leute? Oh. Entspannt. Er hat falsch gegraben. Und wir haben hier einfach die Diamanten rausconnected. Nice. Level 450. Und das letzte für heute. Mache aus dem Bleistift eine Skulptur. Na, 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 na. Ey, wer so einen Bleistift zu Hause hat, ne, der kriegt von mir direkt mal einen Oskar. Finde ein Alien. Ah ja. Guck dir mal die Katze an. Da ist sowas von Alien drin. Das sieht ja vielleicht komisch aus, ne? Das Haus brennt direkt, oder was? Ja, moin. Finde die Katze. Sag mal, hat da jemand hingeschissen, oder was? Was ist das denn? Och nö, Leute. Och nö. Ah, ist doch keine Katze. Also, sag mal, als ob die ohne Brille da einen Haufen Scheiße gesehen hat. Willst du mich verarschen, oder was? Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Sind ihr Brillenträger unter uns? Habt ihr sowas schon mal in dieser Art verwechselt? So ähnlich wie ein Scheißhaufen mit einer Katze? Also, ganz im Ernst. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Aber das kann ich mir kaum vorstellen. Was hat die Braut zu verbergen? Huhu, huhu, huhu. Okay. Also, der Typ ist gerade übel am Geiern. Ich habe die Geierbrille schon auf. Und wir gucken mal rein. Aber. Digga, da würde ich auch so gucken. Ich sage ganz ehrlich. Finde das Paar. Och wie süß. Ja, da würde ich mal sagen, Alter. Da machen wir aber mal ganz schnell. Ne? Hallo? Da machen wir mal ganz schnell hier. Da. Leute. Die Farbe. Die Farbe vom Mond. Die verändert sich hier auf der rechten Seite. Und schon ist die Banane da am Start. Ihr seid alles luschen. Guck mal, es gibt immer diesen einen Typen. Ne? Da stehen sie da alle. Wie ein Schluck Wasser in der Kurve mäßig so. Ne? Und dann kommt dieser eine so mit Blumen oder sowas an. Ja, und dann gucken alle blöd aus der Wäsche. Oh. Voll süß. Ich habe voll den Scheißfreund. Ja, weil das ist nämlich eine Männeraufgabe. An die Jungs, die das sehen. So macht man das. Aber nicht so eine blöden Blumen. Sondern rote Rosen. Rette die Stadt. Aha. Ja. Okay. Also in dem Fall würde ich die Brücke jetzt erstmal wegnehmen. Keine Ahnung, was der damit machen will. Aber was? Sag mal. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß eigentlich? Dann machen wir halt die Brücke so. Oh. Jetzt fängt er an, da Musik zu spielen. Das ist aber ein bisschen cringe, ne? Glätte ihr Haar. Das sieht fast so aus wie meine Ex-Freundin. Wenn sie geduscht hat. Äh. Schlangen in den Haaren. Wir müssen halt mal gucken. Hier sieht es ganz danach aus, als würde der Typ die Schlangen ein wenig kontrollieren. Und, äh, ja. Tatsächlich interessant. Sorge für ein Kräftegleichgewicht. Wir haben hier Sumoringa gegen Oberkörpermuskelmann. Äh. Digga, du solltest vielleicht mal ein bisschen weniger essen. Lösche das Überflüssige. Alles klar. Easy. Denn ich kenne doch die japanischen Münzen. Oder so. Die linke Hand soll gewinnen. Schere. Schlee. Oh, wir müssen den Stein da machen, Leute. Ähm. Dann würde ich mal sagen. Die linke Hand soll gewinnen. Ja. Machen wir halt Stein daraus, ne? Perfekt, Leute. Wer war am Strand? Warum? Woher weiß man jetzt, wer am Strand war, Leute? Äh. Was seid ihr denn für ungepflegte Menschen? Sind das Gammelzähne oder Zahnlücken des Todes? Boah, das ist ja widerlich. Piss dich, Junge. Oh mein Gott. Und die lieben sich. Naja. Also, da kann ich meine Kajason-Brille auf jeden Fall nicht aufsetzen. Wer hat den Hut gestohlen? Ich würde sagen, das war die blöde Ente. Die blöde Ente. Perfekt. So. Hilf dem Boxer im Blau. Der Typ hat ganz schön viel Leben. Wir löschen den mal komplett sein Leben runter. Und damit hat er auch direkt gewonnen. Leute, ich bin Gamer. Mit so einer Scheiße müsst ihr mir gar nicht kommen. Das war viel zu leicht. Wer lacht zuletzt? Ja. Der, der gar keine Blume mehr hat, ne? Hallo. Yo. Das ist aber ganz schön krass. Der Typ hat aber eine ganz schön große Möhre. Bäh. Und der voll die Kleine. Wer denkt jetzt pervers? Ihr seid Schweine. Ich sag's euch ehrlich. Hashtag Möhre in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich mein. Was stimmt hier nicht? Also wir haben hier drei Hexen. Okay. Ja. Erstmal nicht schlecht, Leute. Und der Mond. Aber, äh, so. Was, grad? Ein Pinguin auf einem Snowboard? Rettet die Dinosaurier. Verdammt nochmal. Macht den Kometen weg. Und... Boah, ja. Mach den Kometen weg. Ah, ja. Er schlägt ihn halt in den Vulkan rein, ne? Wer ist einer zu viel? Gute Frage. Nächste Frage. Ähm... Aha. So ein Ding ist das. Der hat einen fetten Bauch. Fühlig. Finde die Katze. Holy shit. Was macht die denn da mit ihrem Hintern? Muss ja nochmal mein Vergrößerungsglas aufsetzen, ne? Ei, ja, Caramba, äh, Mama, äh, Mia und so. Aber das, ähm, ist natürlich höchst interessant. Ah, maybe. Also ich hab heute Abend noch nichts vor. Wenn du möchtest, dann komm gerne vorbei. Ich bin da. Also, war klar, dass die Katze noch hier oben ist. Und wir lassen die hüpse Kitty Maus mal alleine. Wo sind die Bauchmuskeln? Brrrr. Brrrr. Wow. Wow. Leute, deswegen trinkt man kein Bier, ne? Jetzt haben wir... Hehehehehe. Der kann das einfach Sixpack auf Wish bestellen. Aber läuft. Also 1A, Leute. Oh, Mann. Mache Popcorn. Mais. Es tut mir ja sehr leid, ne? Aber... Du bist jetzt Popcorn. Wie? Wow. Ho, ho. Holy moly. Leute. Da müssen wir jetzt aber mal die Expertenbrille aufsetzen. Denn jetzt wär's ganz, äh, schlimm. Ach so. Expertenbrille ist klar. Hallo Süße. Ich hab Lust auf deine Brezel. Ja, moin. Da muss ich aber ganz dringend los, Alter. Ich sag's nur noch mal ganz kurz. Ich bin auf jeden Fall nur zu Comedy-Zwecken der Gaia Denno, ne? Aber bei diesen Melonen, da kann ich mich nicht konzentrieren. Let's go. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir die Brezel da am besten hinbiegen. Denn, ähm, es sieht ganz danach aus, als würden wir hier eine 6 machen. Hallo, mach 6 jetzt. Leute, ich glaub, ich muss los. Finde die Prinzessin, bitte. Bitte nicht. Och, dicker, Mann. Och, dicker. Meine Augen. Fange den Fisch. Okay, Leute. Wir fangen den Fisch mal ein. Ähm, ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir eröffnen den Ball in den Korb. Jetzt müssen wir genau aufpassen. Also, wenn wir das Gewicht hier rausnehmen, das Gewicht macht es hier in den Basketball ran, ne? Und der Basketball ist jetzt drin. Und jetzt ist der Basketball hier direkt an der Boot. Junge, wie sauer ist denn die Bowlingkugel? Level 260 schon. Alter Schwede. Mache eine Deckung. Was ist denn eine Deckung? Hallo? Yo. Wer ist er denn? Ist es eigentlich der ägyptische Gott? Der hat ja einen Körper wie Adonis. Ja, Bro. Also, was soll ich sagen? Aber er sieht wohl ganz danach aus, als hättest du jetzt Bock, dich ein bisschen elektrisieren zu lassen. Okay, das ist dumm. Digga, er kriegt diesen Stromschlag auf dem anderen Level. Soll also den Fidget Spinner hier erstmal zusammensetzen. Das ist ja relativ simpel. Und jetzt kann sich das Ding hier erstmal drehen. Ist okay. Ich halte nicht so viel von Fidget Spinnern. Wir gehen mal weiter. Füttere eine Maus. Aha. Wir haben ja den Käse drin. Oh je. Und den Fisch für die Katze, damit die auch nichts mehr macht. Und jetzt schneiden wir die Nägel nochmal ab. Ja. Und dann kann die Maus sich den Käse auch ganz entspannt nehmen. Ist eine süße Maus gewesen. Die tat mir echt leid. Rette dich vor Viren. Oh Gott, der Coronavirus. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon das Tabletten-Schild und die Maske hier. Nimm die Spritze in die Hand und es geht los. Der Corona-Held ist am Start. Nicht schlecht. Er hat hier den Virus bekämpft. Und zwar erfolgreich. Rette das Flugzeug. Oh je. Freunde. Ähm. Wir brauchen Scheibenwischer. Alter, wir fliegen gegen den Berg. Hochziehen. Hochziehen. Oh Gott. Das war eine knappe Kiste, ne? Okay, weiter geht's. Alter Schwede. Moin. Hallo Baby. Oh Gott. Geht's dir nicht so gut? Ayos Mios. Mensch Süße. Ich würde sagen, zieh dir mal lieber ein bisschen. Naja, so ist schon okay. Ja, ich lass erst mal offen. Wir holen dir eine Tasse zu trinken. Warte mal, eine Tasse zu trinken für den Wein. Das ist ja schon mal ganz gut. Schmink dich mal vielleicht noch ein bisschen. So, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus, Freunde. Und. Guckt mal. Also ganz ehrlich, habe ich die Lady wieder richtig rausgeputzt, ne? Ja, Freunde. Geht nicht immer nur um das eine oder so, sondern man, äh, geht respektvoll mit Frauen um. Ich rufe sie trotzdem an. Schütze den Gastgeber. Ähm, ich weiß nicht, warum der hier ein Gastgeber ist, aber es ist ja eigentlich der Typ, der hier die Bälle auffängt. Okay, sein blaues Auge ist weg. Wir haben die Rüstung auf jeden Fall jetzt drauf. Und. Oh, guck dir mal seine Hand an. Der Typ richtig Power, Alter. Will der Ding gleich mit Baisy zusammenschlagen? Alles cool. Oh Gott, jetzt hat der Typ aber richtig verkackt, ne? Ja, das ist scheiße. Hilfe! Hier ist ein Verbrecher. Und, ähm, nimm schnell die Maske. Und ich stech ihm in die Hand. Ja. Ah, das sieht scheiße aus, ne? Und die Faust kannst du auch gleich wegstecken. Oh Gott, ey, das ist ja alles rot. Mann, der hat doch schon Narben. Ja, arme Verbrecher jetzt. Aber selber schuld. Mach ihn sauber. Oh je. Was ist hier denn passiert? Ach, ist das Gehirn? Okay, wir werden erst mal eine Maske aufsetzen. Eine kleine Brille. Sieht schon mal okay aus. Und eine gute Frise. Und plötzlich arbeitet der Typ nicht mehr wie ein Zombie, sondern ist, äh, der Bürokrat, äh, himself. Zeige einen Trick. Ja, moin. Vergrößerungsbrille ist da. Es geht wieder los. Ich muss hier einmal den Kasten jetzt, ähm, aufsetzen. Der Typ hat hier die Säge. Und wir zeigen jetzt einen Trick. Oha. Geht den mal an. Junge, was hast du vor? Füttere die Eidechse. Bevor wir die Eidechse füttern, noch mal einen kleinen Tipp, Leute. Ihr könnt das Internet ausstellen, ne? Ähm, bei solchen Apps, dann kriegt ihr nicht mehr so viel Werbung rein, weil die Apps dafür bekannt sind, dass sie halt viel Werbung haben. Ähm, ich, ähm, mach das auch nicht gerne, aber der Entwickler hat's auch einfach echt übertrieben und ich hab schon Bewertung geschrieben, ne? Nur, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier zum Beispiel keine Werbung hab. Wir packen denen mal ein Steak rein und wir müssen das Steak irgendwie noch von der Temperatur so ein bisschen, ähm, messen. Jetzt muss die Lampe vielleicht noch ein bisschen näher ran. Ah ja, wir machen die Temperatur mal hoch. Oh Gott. Oh, okay. Das Steak ist zu warm geworden und er hat sich die Fliegen geschnappt. Ah, Leute, so füttert man die Eidechse. Packen Steak rein, warte, bis Fliegen kommen. Stimmt. Finde eine Prinzessin. Ähm, wir geben den Typen erstmal ein Bier in die Hand. Jetzt hat der nämlich gerade zu tun. Dem Bello geben wir mal seinen Kauknochen. Und jetzt können wir hier rein. Alter, was ist das denn? Oh Gott, das ist aber keine Prinzessin, oder? Oh, nee, Leute. Schnitt. Sieh dir den Film an. Ah ja, wir packen mal einen schönen DVD-Rekorder hier rein. Bro, was ist hier mit der Fernbedienung? Egal, wir packen erstmal die CD rein, oder? Nee, Fernbedienung. Erstmal Fernseher anmachen. Jetzt die CD in den DVD-Player. In den DVD-Player. Oh Gott, ich musste das Teil hier aufmachen, ne? Und dann die CD reinlegen. Uiuiui, oh. Was zur Hölle? Ging da denn gerade ab? Also, Freunde, habt ihr das gesehen? Ich will nichts hören. Ich will nichts sehen. Ich denke, wir können uns alle unseren Teil denken. Wir machen weiter. Finde den Schatz. Aha. Wir werden den Schatz des mystischen ägyptischen Gottes ausgraben. Öffne dich. Oh yeah, da ist das Ganze Gold. Ja. Lass deinen Traum wahr werden. Lebe deinen Traum. Na, 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 na. Ich besorg dir das Mikrofon. Und tausch deine Gitarre aus. Du bist am Start. Abonnierst den Kanal von Denno. Hol dir mehr Tipps. Ähm, warte mal ganz kurz. Oha. Wir sollen mal Trinkgeld besorgen. Okay, Leute. Das ist ein Fall für die Vergrößerungsbrille. Denn ich sehe hier schon, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen was da machen. Wir machen mal das Kleidchen hier weg. Okay. Oha. Okay. Und jetzt hier noch ein Gürtel oder sowas. Ähm. Ja, wo sollen wir denn den Gürtel da so ran machen? Eigentlich packt man den doch irgendwie. Ist das... Nee, das ist... Irgendwo muss man das Ding... Doch raufziehen. Ja, meine Freunde. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich Trinkgeld rausgeholt. Und du weißt, Süße... 50% gehören mir. Das war nämlich meine Idee. Lass ihren Traum wahr werden. Lebe deinen Traum. Und der wird wahr. Oh Gott. Okay. Aber wir haben ihren Traum wahr gemacht. Ich finde, das ist eine gute Tat. Lass es wachsen. Ess mal dein Brokkoli. Na gut. Dann erst mal die Schuhe. Sag mal. Hallo. Ich... Also, ganz ehrlich. Stell dich mal jetzt bitte. Das kann doch nicht wahr sein, oder was? Was zur Hölle sollen wir hier tun? Wir könnten natürlich... Also, wir können die Hose nicht... Oh, okay. Die Hose runtergezogen. Das war's. Okay. Wir mussten da gar nichts einsetzen. Wir haben einfach die Hose runtergezogen. Ja gut. Ich meine, das geht auch. Operiere ihn. Verdammt, Leute. Wir müssen die OP starten. Schwester. Bitte einmal das Skalpell. Okay. Wir gehen hier mit dem Skalpell vorsichtig rein. Ganz vorsichtig. Mit dem Skalpell. Oh je. Wir nehmen das Baby heraus, haben es extrahiert und nähen die Wunde wieder zu. Gott im Himmel. Wir haben die OP überstanden. Die Avocado hat ihr Kind bekommen. Warum bin ich so... Erschaffe die Skulptur. Oh, guck dir die da oben mal an. Aha. Ah ja. Er kriegt einen Hammer in die Hand, oder? Der Meißel. Dann mit dem Hammer drauf. Oh, Bildschön. Alter Schwede. Okay, das hat er gut gemacht. Muss man sagen. Ähm, wobei der Typ hat ja noch einen Zettel in der Hand. Eigentlich habe ich ja die Skulptur gemacht, ne? Sei froh, Bro. Kann ich die kaufen? Also sowas würde ich ihm mal in mein Zimmer stellen. Ich sag ehrlich. Oh Gott. Wir sollen einen Cocktail vorbereiten. Was für einen Cocktail. Wir machen hier Kuhmilch rein. Okay, ist ein bisschen Sahne und so. Kuhmilch, Sahne und so. Warte mal. Strohhalm. Und eine Kirsche drauf. Müssen wir ja noch irgendwas erledigen. Was gucken der Typ immer so nach unten? Das ist jetzt die Frage. So, jetzt müssen wir halt mal gucken. Ich habe jetzt so keine Ahnung, was wir da machen sollen. Die Kirsche da so raufsetzen ist hier anscheinend nicht richtig. Irgendwo was. Aha. So ein Ding ist das. Ich habe dir die Haare geklaut, Kollege. Und da kommt die Kirsche jetzt rauf. Und da haben wir doch den besten Cocktail der Welt gemacht. Mit den Haaren von dem alten Cocktail-Opa. Wer wird ihn trinken, Leute? Ey, ganz ehrlich. Hashtag Cocktail in die Kommentare. Mal die gute alte Schaufel da rein. Digga, das sah doch gerade legit aus. Easy going. Wir gehen weiter. Level 102. Und es ist hier der Ziegenbock. Und ich sage euch eins, ne? Was ist das denn hier? Mach mal dein Auge da weg. Oder hier so. Was? Leute, was soll... Was wird denn das jetzt hier? Okay. Wer weiß auf Anhieb, was man da jetzt zeichnen muss, ne? Also ich nicht. Also ich nicht. Ein Halsband. Hier, guck mal da so. Irgendwie sowas da rum oder so? Der Ziegenbart. Ja, nee, ist klar. Also ganz im Ernst. Irgendwann reicht's auch mal. Level 103. Es ist der Fidget Spinner. Und den können wir einfach so ganz schnell machen. Ich hab ihn originalgetreu gemalt. Grüße gehen raus an den Jesten. Level 104. Und wir haben hier den Vogel. Kanarien-Vogel mäßig so. Mit irgendwie so... Nee. Vielleicht ein Schnabel oder sowas. Ein Schnabel? Irgendwas? Pass mal auf. Ich mach random. Okay. Bringt nix. Irgendwie ziemlich schwer momentan die Zeichnung. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich muss kurz Kaffee trinken. Ähm. Schnabel. Irgendwas hier rein. Muster hier rein. Irgendwie sowas. Äh, äh, Friese. Nee. Ähm. Baum? Nein. Noch was hier dran? Auch nicht. Na gut. Ey. Ich hab mir nen Tipp geholt, Leute. Und ganz ehrlich. Digga. Ich hab doch nen Schnabel gemalt. Weiß ich mal da den Fidget Spinner auf richtig Wish bestellt. Und... Aber das... Ja. Nee. Egal. Okay. Hier haben wir nen Kreis mit ner 8. Habt ihr's gesehen? Also ganz im Ernst. Das war doch keine 8 oder was? Ich dachte es... Hallo? Level 106. Wir haben hier ne Welle mit so nem Ding. Und, äh, offensichtlich fehlt hier noch sowas. Irgendwie so mäßig. Da so. Gar nicht, ne? Ähm. Vielleicht... Warte mal. Wie? Oh, warte mal. Leute, hier fehlt noch ein Segel, ne? Hier fehlt noch ein Segel, oder? Easy going. Wegen diesen beiden Sachen. Lockeres Ding. Wir gehen weiter. Freiheitsstatue. Da oben fehlt die Fackel. Ich sagte, da fehlt die Fackel. Die Fackel fehlt. Oha. Tetris. Tetris. Ah ja. Es war so klar. Es war so klar. Warum? Warum sollte man das auch schwieriger zeichnen, wenn's richtig leicht geht? Okay, wir haben hier ein entspanntes Hemd. Hm, das muss doch eigentlich nur ein entspanntes Hemd werden, oder? Also jetzt reicht's mir. Ich mal einen Kartoffelsack. Ich mal jetzt einen Kartoffelsack. Es nervt aber auch, ne? Du versuchst hier künstlerisch tätig zu werden. Guck mal da. Also eigentlich geht es ja so mäßig. Dann irgendwie so oder so. Dann machen wir da raus ein Zirkuszelt. So ungefähr. Also ganz im Ernst. Oh mein Gott, Leute. Es war eine Krawatte. Alter Schwede. Da muss ich aber ganz dringend los jetzt, ne? 1, 1, 0. Die Polizei wird angerufen. Und ich guck mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Kontinente. 4. Da fehlt doch einer, oder? Warte mal, da unten. Ne. Das hier ist doch... Ach, das ist Asien, Europa, Afrika, Australien und Amerika? Da fehlt doch noch ein bisschen was. Als ob... Was? Was ist hier rum mit der Antarsch, das? Ne, auch nicht, ne? Ey, ganz im Ernst, Leute. Aber eigentlich fehlt hier noch was. Hier fehlt so ein kleines Stück. Das kann echt nicht sein jetzt. Ich weiß... Warte mal. Geht das hier weiter runter? Junge, ich guck mir die Weltkarte jetzt an. Ich guck mir jetzt die Weltkarte an. Guck hier. Guck da. Ich seh's doch. Da, Leute. Ne, da unten fehlt ja noch was. Ich zeichne genau nach jetzt. Ich hab's doch direkt schon gesehen. Leck mich am Arsch. Okay, wir haben hier die entspannte... Den... Ähm... Warte mal. Was ist denn das nochmal? Eine Mistelzweig? Was hängt da nochmal? Äh... Eine Weihnachtskugel oder so? Es ist schwierig, ne? Ich muss echt sagen, also zeichentechnisch richtig schwer. Mistelzweig. Boah. Ja, genau. Also, Leute. Wieder einen Tipp geholt. Und wie viele Tipps soll das heute noch werden? Ich hab doch hier eine Kugel gemalt, Alter. Als ob die nicht... Ach, komm, ey. So. Nächster Gegenstand. Wir haben hier einen Griff. Wie man sehen kann. Das Ding hier kann ich tatsächlich noch nicht einschätzen. Aber wenn ich's nicht besser wissen würde, würde ich sagen, es ist vielleicht eine Uhr. Es ist ne Glocke. Und guck ich's dir an. Ich mal da ein Rechteck rein. Und es ist einfach ne Glocke. Boah, ey. Mal die Toilettenbrille. Also, das seh ich ja absolut als Corona... Jo, genau. Ein Krokodil auf dem Klo. Also, es wird immer wilder. Ich hab mit allen gerechnet. Aber nicht mit einem Krokodil auf dem Klo, Alter. Stell dir einfach vor. Du sitzt auf dem Klo und es rumort. Und du legst da grad ein Ei und denkst, Alter, das ist der Größte, den ich je gelegt hab. Und dann kommt da ein Alligator raus. Ja, Leute. Level 114. Und die Zeit schreitet voran. Ich glaub nicht, dass wir heute 50 Level schaffen. Ich werd mich mal auf 30 beschränken, wenn's gut läuft. Wir haben hier einen Feuerlöscher. Und, äh... Irgendwie... Soll der was sprühen? Ne. Das ist einfach nur das Ding da dran. Haben wir relativ gut klein gezeichnet. Deswegen passt das auch. Level 115. Da haben wir den Typen. Alter, der hier ein imaginäres Pferd... Was ist denn das heute? Cringe-Episode des Jahrtausends? Oder was geht da ab? Was ist das denn? Was ist das denn? Der hat ein Lasso. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und... Falsche Pferde. Level 116. Hier ist die Bude wieder, die ich schon kannte. Und da oben fehlt der Schornstein, ganz klar. Also lockeres Ding. Wir gehen weiter. 117. Der Opa guckt schon Fußball. Es läuft. Ähm... Okay, aber es fehlt hier dieses Ding für den Schaukelstuhl. Netter Versuch. Und da freut Opa sich. Viel Spaß. Apropos. Digga, ich muss kurz mal was checken. Alter, ich bin fußballinteressiert. Ja. Ähm... Ich glaube, morgen spielt Holstein Kiel, Leute. Muss ich jetzt tatsächlich mal kurz gucken. Ihr wisst, ich komme aus Norddeutschland. Holstein Kiel aktuell auf dem dritten Platz. Und, äh, ich würde es feiern, wenn in Schleswig-Holstein fußballtechnisch auch mal was gehen würde. Denn, ihr wisst, nur in Hamburg, und das ist ein anderes Bundesland wieder, ist der HSV. Aber auch nur noch auf der zweiten Liga, ne? Ich hoffe, Holstein Kiel packt es dieses Jahr. Let's go! Da wisst ihr. Ne, Heimfan, Leute. Level 118. Schafe, Wölfe und, äh, ne ganze Menge... Warte mal, so? Tja, Bruder, hab ich kurz den Zaun gezogen. Weg mit dir. Oh, der Burger. Das Ding ist doch auf lockerer Ebene erledigt. Jetzt können wir aber durchziehen. Wir haben einen richtig fetten Run. Hier fehlt so das Netz so ein bisschen, ne? Ja, guck mal. Jetzt läuft's. Wenn du einmal dabei bist... Ah, der Waffengriff fehlt als früherer Polizist, Leute. weiß ich natürlich, wie eine Pistole sofort aussieht. Kein Problem. Oh, was ist denn das hier? Wir haben hier irgendwie so ein Teil oder so. Ich hab keinen Plan, was das sein soll. 2000 Jahre später. Ist... Ach, Leute, es ist so ein, ähm... So ein... Wie nennt man das? Weiß einer von euch, wie man das nennt? Ich hab keine Ahnung mehr. Schreibt's gerne mal in die Kommentare rein, wie man dieses Teil nennt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh, wir haben hier einen Fisch ohne Flosse. Boah, Alter, die hab ich so gut gemalt. Ich bin so ein Babbo in diesem Spiel. Ich will nix hören. Ich will nix hören. Boah. Gönn dir mal die Augenklappe, mein Best... Augenklappe. Okay, wir müssen jetzt... Ich hab die so... Ich sag nix mehr. Ich sag nix mehr zu dem Spiel. Ich flipp auch nicht aus. Ich bin kurz davor, meinen PC zu zerstören. Die Waschmaschine ist hier auch am Start. Da muss auf jeden Fall der Deckel nochmal drauf. Bei 128 fehlt hier obviously das Fahrradding. Und als die Senders-Profi, Leute, ist es natürlich klar. Ich weiß, wie's läuft. Okay. Also das ist jetzt ja merkwürdig, ne? Sechs ein Halbstünden später. Sag mal, also meine Maus kann das nicht richtig zeichnen. Meine Maus ist einfach zu behindert. Ich sag's euch, wie's ist. Ich hab's geschafft. Und hier das Dreieck. Es läuft. Also... Ich will nix hören. Was ist das? Ein Origami-Fiech. Mhm. Ich mal mal so. Irgendwie sowas. Weißt du, wie ich mein? Das macht keinen Sinn. Ich mal dann Dreieck rein. Hä? ETF? Junge, jetzt haben wir hier das Schaugelfährtchen. Und ich bin kurz vorm Explodieren. Dieses Spiel bringt mich heute absolut zur Weißglut. Ich hab keinen Bock mehr. Ich sag's so, wie's ist. Digga. Was ist das? Also... Was fehlt da? Vielleicht so ein Sattel? So ein kleiner Sitz, Leute? Vielleicht ein Auge? Nee. Also das sieht ja eigentlich erstmal aus wie ein normales Schaugelfährtchen. Aber was könnte auf diesem Schaugelfährtchen fehlen? Das war das Schaugelfährtchen, oder? Warte mal. Hier fehlt ein Fuß. Hier fehlt doch ein Fuß. Da ist nur einer. Och nö. Ich muss den Fuß wieder so genau zeichnen. Dass die da... Dass die da auch nicht gönnen. Dass die das da auch nicht gönnen. Kann ich nicht verstehen. Okay, Alter. Letzte Map machen wir jetzt hier. Und ich hab auch ehrlich keinen Bock mehr. Denn mein Tilt-Level ist bis hier oben. Es ist so hart angestiegen. Es reicht. Ich sag, wie's ist. Wen triggert's auch, dass ich bei Level 131 aufhöre? Der schreibt jetzt Hashtag Trigger in die Kommentare. Und wir gucken uns diesen Eishockey-Spieler mal an. Der hat jetzt einen Handschuh. Der hat hier auf jeden Fall keinen Helm. Und kriegt einen Puckel in die Fresse. Oh mein Gott. Oh, Bruder. Das war ganz schön knapp, Alter. Holy Mamoli. Ja, okay, Leute. Ich weiß. Mich triggert's auch. Wir machen bis Level 135. Und dann haben wir einen sauberen, stabilen Cut. Jo, die Sonnenbrille. 1A gezeichnet. Ich sag nix. Ich reg mich nicht auf. Weißt du, wie ich mein? Aber es gibt Sachen, die sind einfach nicht cool. So, 16 plus 4 gleich 20. Lockeres Ding. Und jetzt aber... Oh, Alter. Wer ist er denn? Diger. Alter, ist das eklig. Alter, ist das eklig. Also, wenn das jetzt eine Frau sein soll. Mit einem Bart. Aber mit Rosen da drin, okay? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, ich hab nix. Gegen irgendwas. Alles cool. Soll jeder so machen, wie er ist. Aber was ist das? Das sieht aus wie Antonios. Delo Muertos de Calamari und so. Ich hab keinen Plan, wie wir das jetzt angehen. Muss da den Ohrring ran. Das hätte aber jetzt tatsächlich gepasst. Guck mal weiter. Ja, auch nicht. Das sind Blumen auf dem Kopf. Aber ich weiß nicht, was diese Blumen bedeuten sollen. Bis wir da nochmal Blumen irgendwie ranmalen oder so. Ähm, nee, nee, auch nicht. Digga, ich hab dem grad Augenbrauen gemalt, ne? Ja, jetzt einfach eine Monobraue. Also, wir sollen jetzt irgendwie was dazu zeichnen. Und ich weiß noch nicht so recht, was dem Schneemann fehlt, wenn ich ehrlich bin. Äh, vielleicht hier so ein paar Hände mäßig so? Nee, das kann er auf jeden Fall nicht sein. Es fehlt ihm ein so ein Ding hier, ne? Ja, hallo. Genau, so ein Ding ist das. Wir sind auf jeden Fall gut drin. Und hier haben wir das Eis am Stiel. Kein Problem. Ich hätte jetzt richtig Bock auf ein Eis, ne? In letzter Zeit ist es ja auch wieder ultra warm. Oh, das Riesenrad. Da fehlt noch so ein kleiner Waggon. Das ist bisher auch alles... Hier haben wir, glaube ich, so ein bisschen mäßig so Schuh was. Ja, genau. Also, Draw One Part ist das einzige Spiel, wo ich mal wie ein Penner und das aussieht wie Picasso. Ich sag nix. Nice. Riech mich schon wieder auf. Wir haben hier einen Regenschirm mit einem blöden Blumen. Nee, ne? Hier haben wir ein Labyrinth. Und ein Schweinchen mit einem goldenen Apfel. Und es sieht wohl so aus, als müssten wir das Schweinchen so ein bisschen durchs Labyrinth bewegen. Machen wir auch. Und let's go. Schweinchen Dick hat seine Äpfel bekommen. Aha. Was ist das? Das ist keine Ananas, oder? In der letzten Delete One Part Folge, die ich aufgenommen habe, da war eine Ananaspizza. Ich hab keinen Bock mehr. Ich schau euch, wie es ist. Zwölf Sekunden später. Oh, wir haben hier einen Goldfisch ohne Glas. Digga, alles cool. Wasser ist da. Let's go. Ich bin fliegi-miki unterwegs. Und wir haben hier so einen kleinen Sonnenschirm, der hier so... Ja. Das war so der Sonnenschirm auf Wish bestellt, gezeichnet. Hat sich ne coole Aussicht. Hätte voll Bock auf so einen Strand. Aber ehrlich, Leute. Ich würde auch einfach mal wieder gerne was in meinem Leben machen. Nach draußen gehen oder so. Also wisst ihr, wie ich mein ohne Corona. Ich muss wohl einmal die Vergrößerungsbrille aufsetzen, um mir dieses Ding hier anzuschauen. Baby. Ich mein... Besser so als nie, oder? Level 146. Wir haben hier einen Heißluftballon, so wie es aussieht. Und ich mach den mal so. Das war original gezeichnet. Ihr habt's gesehen, ne? Also 1 zu 1 übereingestimmt. Im nächsten Level sollen wir eine Trittleiter malen. Naja, also sowas hier. So eine Stufe mäßig, oder? Ja, die war eigentlich entspannt. Ich bin heute gut drauf. Und ich seh, dass hier schon die Schaukel so ein bisschen fehlt. Von daher auch das Ding ist erstmal okay. Die recyceln halt so ein bisschen die Bilder. Das heißt also, es kommen immer so die Bilder aus der letzten Folge. Aber die sind dann halt manchmal anders. Ist ein bisschen bequem von den Entwicklern, wie ich finde. Sollten die schon ein bisschen anders machen. Und hier haben wir die Lampe nochmal nachgezeichnet. Was ist das denn eigentlich? Ist das ein Pokéball? Auf mich? Keine Ahnung, was das ist. Weiß das einer von euch? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Wenn ihr wisst, was das für ein Aal ist, ne? Level 150. Und das Ding hier sieht so aus, als würde es eine Nuss sein. Ja, also... Ich wollte doch eine Nuss zeichnen. Ich hab in Kunst eine 4-. Aha. Level 151. Sieht aus wie ein Bienennest. Machen wir mal so. Ja. Ist okay. Bienennest gemalt. Ganz locker. Hier haben wir ein Vogelhäuschen. Da fehlt ein Loch. Und was ist er denn für einer? Ja, moin, Manfred. Bist du's eigentlich? Alles klar, ey. Oh. Das sieht aus wie ein Handschuh. Ich wollte nicht dachten. Warum dachte ich, das wäre gerade eine Frau? Es ist was Rotes im Bild. Ich sehe nackte Haut. Ich denke, es ist eine Frau. Level 154. Es ist Albert Einstein mit seiner Frise, die ihm fehlt. Und die haben wir ihn kurz raufgemalt. Springen ins nächste Level. Hier ist der Eisberg. Und ich mach ihn groß. Äh, da hab ich aber durchgehasselt. Habt ihr's gesehen? Und die nehmen extra noch mal Vollgas rein, ne? So kennt man ihn. Oh. Die Brille. Hat nicht genügend Brillengläser. Wollte ich auch so eine coole Brille, oder? Was meint ihr? YouTuber Lifestyle, Digga. Es geht. Aha. Schaf ohne Fell. Finde ich nicht so gut. Machen wir direkt mal drauf. Gleich ins nächste Level. Und der Wolf ist hier am Crying. Au. Okay, das hat sich hier angehört. Ich weiß nicht, wie es sich angehört hat. Lassen wir das, okay? Ähm, wir müssen uns aber Vollmond machen. Wir müssen Vollmond machen. Genau. Guck. Ich mach nochmal nach. Au. Äh. Äh. Oh. Schnitt. Level 159 und der Vampir hat Bock auf Blut. Ich hätte auch Bock auf Blut. Blut Orange. Hehe. Voll der Scheißwitz. Level 160. Und das Einhorn. Oh nein. Naja. Das Pferd. Sagen wir, das Pferd ist traurig. Warum? Mach die Träne weg. Aua. Mein Auge tut weh. Mh. Mh. Ja. Das ist die Frage, ne? Was ist da jetzt los? Was soll man hier denn jetzt malen, Leute? Was fehlt denn jetzt bei diesem Pferd? Obviously, ich hab keinen Plan. Oh mein Gott. Leute, ich hab mir nen Tipp geholt und es ist tatsächlich ein Einhorn gewesen, ne? Ich hätte es wissen müssen. Der Eifelturm. Perfekt gemalt. In einem Bisch. Strichmann Eichelturm. Ich hab nicht gerade gesagt Eichelturm, oder? Schnitt. Level 162. Die Kerze ist am Brennen und der Vampir meldet sich zum... Dienster Blutorange. Level 163 und irgendwie fehlen hier so ein bisschen die Segel-Dingsis und so. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich hab echt gar keinen Plan mehr, wie das nochmal ging. Wir müssen ja hier irgendwie so mäßig dieses Segel so dran bringen. Wisst ihr, wie ich mein? Aber irgendwie klappt das auch wiederum nicht. Ich hab jetzt keinen Dunst, was wir da malen sollen. Vielleicht sollen wir einfach... Wisst ihr, wie ich mein? Eine Ewigkeit später. Hallo? Mann, Alter! Geh mir doch nicht auf den Sack jetzt! Guck mal, dieses Spiel... Es hat es auf mich abgesehen. Ich weiß genau. Es will mich holen. Dieses Spiel will mir eine reinhauen ins Gesicht. So doll macht mich das wütend. Ja. Also, wie man sieht, ich musste das Segel hier nochmal nachziehen. Ähm... Na gut, lassen wir das. Oh, der Zug will durch einen Tunnel fahren. Hab ich direkt gesehen. Der Eishockey-Spieler hat in diesem Fall keinen Puck, oder? Der Puck ist doch irgendwo, stimmt's? Also, wir haben hier... Mh... Den Handschuh, die Gesichtsmaske. Es ist alles erstmal gut. Äh... Vielleicht sollen wir hier irgendwo den Puck malen. Da ist... Was... Ah, das Tor fehlt. Ah... Das Tor fehlt, Leute. Hallo? Das Tor fehlt! Junge, wie groß soll das Tor denn sein? Der verarscht mich doch, oder? Dass er da das Tor nicht genommen hat! Es reicht irgendwann, Leute! Guck mal! Das Spiel ist doch dazu gemacht, dich zu verarschen! Nee, ist ein kaputter Zahn, ey! Mach dir mal wieder ganz, Leute! Komm mal hier! Naja, so eine Szene habe ich jetzt nicht, aber... Ja... Oh! Es ist eigentlich der Rasierer. Der hat hier anscheinend... Was hat der da in der Hand? Ach, die Duschbrause! Alles cool, Junge! Ist das wirklich? Also, ich meine, der Typ mit dem Bad und so, der... Oh! Schnell malen! Fährt kann rüberspringen! Und die hat auch gar keinen Bock mehr! Ähm... Wir haben hier das Flugzeug mit dem Doppeldecker und hier fehlt irgendwie so dieser Propeller-Ding. Ja, das habe ich gleich gesehen. Level 170 und wir sind schon bei einem Schmetterlingsi und da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, wie wir mit diesem... Ah, da fehlt noch ein Vögel. Jetzt sieht das Ding sogar echt nicht schlecht aus. Oh, der Schnuller! Das habe ich hier auch gleich gesehen. Ich schwöre es euch, ich haste hier sowas von durch. Das wird so nice. Ähm... Wer ist das hier eigentlich? Wir müssen eben mal so seine Gitarre wieder malen. Ist das überhaupt eine Gitarre? Ich habe echt keine Ahnung von dem Null. Sag mal... Was ist denn da mit dem gerade passiert? Das sieht so aus, als hätte der gerade woanders rumgespielt und nur nicht an dieser Gitarre da. Oh, der Kürbiswagen! Ähm... Wir haben hier oben den Kürbis und wir müssen hier, glaube ich, nochmal so eine Tür einmachen, oder? Ein bisschen kleiner sein. Hallo? Ey! Jetzt mach mal da... Sag mal... Ah, hier fehlt das Rad. Level 174 und wer hat mir eine Kuh? Da fehlt ein Horn. Und sie macht Mu. Da fehlt ein Horn. Hallo? Da fehlt ein Horn! Ich kann nicht anders malen, weil die Maus so ist. So, es fehlt nicht mehr viel. 7000 Euro PC steht hier. Gleich nicht mehr! Ah, ich musste den Euter nachzeichnen. Okay, letztes Level und... Oh, komm! Nein. Nein, es fehlt ein Auge. Es fehlt ein Schneckenauge. Ich sag nichts mehr. Ihr seht's, ne? Was der da manchmal nimmt. Ich male einen Regenschirm nach rechts rum. Das Ding zeigt's mir links. Reinigen Sie die Gläser. Ah, ja. Wow, jo, Alter. Das ist ja ganz schön clean hier. Oh, lecker. Das ist okay, ey. Die Gläser sind sauber. Und oh, wo mische... Alter, ganz im Ernst. Die Getränke sehen gut aus. Was würdet ihr nehmen, Leute? Hashtag, äh, pink? Rot oder orange? Also, ich sag mal so, ich würd rot nehmen. Zünde die Glühbirne an. Oh, Schneckeri, Schneckeriches hier. Ich mach die Glühbirne mal von unten so sauber. Und wir haben hier auf jeden Fall den Draht gleich. Läuft alles. Wir gucken mal weiter. Hilf ihm beim Skaten. Ui. Okay. Also, wir haben jetzt hier irgendwie den Mondmann. Wir können den Mond so ein bisschen wegrasieren. Dann hab ich schon eine Idee, was wir da machen. Leute, wir werden erstmal so eine chillige Ramp bauen. Und ich hoffe, das geht. Ah, ja. Wir haben den Sicherlmond gemacht. Und er hat jetzt hier die entspannte Ramp, um mit seinem Hoverboard eine Runde zu skaten. Mach sie bereit für die Party. Eios, Mios, Freunde. Und was geht denn hier ab? Ich hab die Brille schon aufgesetzt. Wir checken mal die Lage so ein bisschen. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Baby, du siehst gerade ein bisschen angepisst aus. Ich werd dir mal so ein bisschen deine Klamotten klar machen. Alter. Wow. 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 Läger, die ist absolut bereit. Die hat so ein Puschelschwänzchen hinten drauf. Ja gut, Leute. Es wird ganz schön heiß hier im Laden. Ich muss, glaube ich, mal ganz kurz los. Wie funktioniert es? Wir haben hier eine Eiscreme-Maschine mit Eiscreme und noch mehr Eiscreme. Also, ja, wir gucken mal, wie es funktioniert. Und was passiert da eigentlich? Aha. Was? Das Einhorn kackt da in die Eiscreme-Maschine rein und... Guck mal, wie der guckt. Schnitt. Reinigen Sie den Fuß. Alter Schwede, was ist das denn? Oh Gott. Was haben wir mit dem Fuß gemacht? Boah, so sieht euer Fuß aus, wenn ihr den drei Tage nicht waschen geht oder so. Ich würd mal sagen, noch länger. Also, das ist ja richtig eklig. Und wow, wir machen den Fuß nochmal richtig schön sauber jetzt. Machen mal richtig schöne Sauberbehandlung hier. Und wo sind die Fußfetischisten jetzt? Also, bitte. Macht nicht diesen. Ist jetzt nur ein Fuß. Kommt runter, bitte. Was hat ihn erschreckt? Oh, wir haben ja den Among Us Dude mit dem Hai. Und ja, wir gucken mal. Das ist gar nicht der Hai. Das ist ein anderer Among Us Dude. Und der hat hier nur als Hai getan. Und der denkt sich so... Alter, Brudi, deine Verkleidung hab ich schon von vorgestern gesehen. Finde die Krabbe. Oha. Oh nein. Die Situation kenn ich. Aus The Lead One Part, Leute. Wer sie schon im Vorhinein kennt. Und Hashtag Krabbe in die Kommentare rein. Ich will... Oh Gott. Oh wow. Das ist die Situation. Zum Glück ist die Krabbe in der Sandburg gewesen. Entfernen Sie das Make-up, Baby. Heute siehst du wieder richtig gut aus. Ja. Ich muss mich einmal kurz abschminken. Okay, wir gucken mal. Und alter... Das ist ja wohl die Höhe. Ich kündige. Hilf Oma, das Spiel zu spielen. Mensch, Omi, du hast Bock auf... Halt doch mal die Controller gerade. Was ist das denn da? Ach, Oma spielt den E-Simulator. Ach, so ein Ding. Hilf ihr, sich hinzulegen. Eios, Mios. Wuhu. Hallo Süße. Was geht denn hier ab? Die Braut ist ordentlich am Trainieren. Und ja... Wow. 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 Okay. Ich helf dir mal hier unten mit deinem kleinen Problemchen. Und... Uuuuh. 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 Ach, Freunde. Ich muss die Aufnahme für einige Zeit unterbrechen. Es tut mir sehr leid. Helfen Sie der Orange abzunehmen. Mensch, Orange, was hast du da gemacht? Alter, du hast ja einen richtig stillen Körper jetzt. Brutaler Typ. Brutaler Typ. Hilf der Braut. Uiui. Uiuiuiui. Wir machen die Braut erstmal schön. Also, es ist kein Fall für die Sonnenbrille. Denn, ähm... Wie siehst du denn jetzt aus? Also, na gut. Sieht aus wie eine entspannte Braut. Aber nix geiles. Ist nämlich ein Hochzeitskleid. Ihr wisst, ne? Männer kommen in den Knast für die Hochzeit. Alles Spaß, Leute. Was ist in ihr? Äh. Äh. Wie bitte? Äh. Was? Ähm. Da ist ein Wurm. Da ist ein Wurm drin. Wow. Ein Apfelwurm. Was ist das denn? Was ist denn jetzt hier passiert, bitte? Moment mal. Falscher Film. Oh, nee. Och, Leute. Wechseln Sie Ihre Kleidung. Hallöchen. Oh, wir haben eine sehr höchst interessante, brisante Folge wieder. Und, äh, wir gucken mal, dass wir die Kleidung so ein bisschen wechseln und... Ei, Baby. Was? Wechseln Sie Ihre Kleidung? Ich hab doch gerade den Staubsauger. Hä? Also, ich fand die Kleidung gerade ganz gut. Och, Mann, ey. Ja, weg mit der Pille. Modernisieren Sie den Fernseher. Mhm. Also, wir haben jetzt hier die Katze. Äh, ich hab mal sagen, die Katze kann sich direkt mal verpissen. Leute, wir haben jetzt hier den Smart-TV vom Allerfeinsten. Ja. Und jetzt hängst du da wie so eine halbe Leberwurst, ne? In der Kurve. Was soll ich dazu sagen? Hilf Ihrem Ballett zu tanzen. Ei, ei, ei. Ich hab nochmal die Brille da. Ich hätte nicht gedacht, dass es soweit ist. Aber wir machen einmal hier alles entspannt. Okay, Leute. Ich weiß. Das Kleid müssen wir so recht kurz schneiden. So ungefähr. Und damit sieht's auch gleich schon viel geiler aus. Tut mir leid. Ich setz die Brille zu oft ein. Das war hier einfach wieder kein Fall. Obwohl, äh, ich sag nicht nein. Finde den Flamingo. Mhm. Der Flamingo ist jetzt anscheinend hier. Und, äh, ja. Ach so, er hat sich die Socke aufgezogen. Und ist jetzt ein... Ach, so sehen Flamingos aus. Na, Mensch, das wusste ich gar nicht. Machen Sie ein Match. Oha, wir haben hier ein interessantes Tic-Tac-Toe-Match. Din-li-dim-dim. Din-li-dim-di-dim. Din-li-dim. Din-li-dim-dim. Din-li-dim-dim. Din-li-di-di-dim. Din-li-di-dim. Hier haben wir drei Kreise. Das heißt, wir machen hier einen Kreis draus. Und Tic-Tac-Toe, wie ich es spiele. Denn ich gewinne immer. Bin ich so. Was macht der? Oha, oha, Freunde. Da haben wir jetzt eine ganz brisante Situation. Der ist hier mit zwei geilen Chicks am Strand. Wir machen die Sandburg mal weg. Und, oha. Der greift der Alten am Arsch. Und beide so, hä? Äh, was ist denn das jetzt hier für ein mieser Film? Ja, äh, ja. Sag mal, hat die ein Oberlittenbart? Die hat ein Ober... Ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Kurze Info dazu. Also, ganz im Ernst. So scheiße wie der bin ich nicht. Ich hab letztens auf Instagram schönen Strandbilder gepostet. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal vorbeischauen, Leute. Ich hab richtig coole Bilder am Strand gemacht. Ähm, und ja, hab ich meinen, äh, neißen Bizeps. Mein 53, äh, Zentimeter Bizeps. Äh, präsent. Okay, 35. Ja, 23 ist gut. Gut, wir machen weiter. Mach es richtig. Wir haben hier ein Hunni. Ähm, also 100 Punkte. Und, äh, ja, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Also, wir haben hier den Zehner anscheinend. Ähm, wir sollen jetzt hier eine Zehn wegmachen. Okay, und die Vier. Und damit haben wir das Scoreboard richtig. Und wer ist im Darten so schlecht? Also, das ist doch kein Dart. Das ist Zielscheiben-Dings. Ja, Freunde. Das war's auf jeden Fall wieder mit einer Runde. Delete One Part und weiteres. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde mich über ein Abo freuen. Das ist kostenlos. Wir haben bald die 30.000. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Deno out.